so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die watt downforce oder auch von vorweg total oder wollt oder wie sie auch alle heißen wir haben hier wieder eine schöne schöne 30 millimeter cake mit almost 500 gramm netto explosivstoff masse ist mittlerweile mein lieblingswort ich hoffe eures auch aber jetzt gucken wir uns mal diese batterie an hier erwartet uns wieder viel crackling crackling feuertöpfe oben so paar blinker bouquets und dazwischen auch wieder so gold cracker und ein bisschen silber cracker dazwischen sehr interessant wir schauen mal was die kann let's go so der hackfleisch hat passende zerhacker läuft hier mit der downforce leider gottes wie so eine krankheit aber ja ihr hört übrigens meine stimme ist sehr am arsch überhaupt fast 500 gramm ihr habt glaube ich gerade gehört sehr gespannt jetzt und downforce Oh! Alter, die war Power, oder? Alter! Gut ausgesucht, Lennart!